Kann ich nur die? Ne, ich will doch nur hier... Ich muss da hinkommen. Machen wir mal weg hier. Machen wir mal weg. Bin unterwegs. Ja, Commander. Kurs Hermitekt. Okay. Was auch immer. Jawoll. So, wir müssen schnell sein. Auf dem Weg. Dass keiner von unseren Schiffen drauf geht. So, Subi. Raus da. 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 Raus. Raus da. 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 Raus. Raus da. 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 Nein, das können wir ja auch nicht in dem Bereich. Was auch immer. Bin unterwegs. Nee, ich will nicht. Ja, Commander. Ich will nur die. Ich möchte gerne. Ich will noch so ein lahmes Ding produzieren. Kreuzer einsatzbereit. Geschwader unterwegs. Kurs ermittelt. Wir werden die Teil darin mit euch ja. Sie wünschen? So, ihr. Lauter. Dahin. Und nun? Ihr, der, der repariert sich langsam hier wieder. Wir müssen nämlich das Ding da unten zerstören. Dann müsste sich die Kuppel hier in dem Bereich. Und dann können wir ein bisschen Mineralien sammeln. Und dann müssen wir diese Kuppel ab. Das sind noch ein paar Kuppeln. Ist das schon fertig hier produziert? Nee. Äh, können wir denn noch ein paar Leute uns... Äh, wo haben wir denn hier noch einen? Du? So, das müsste reichen. Ab die Post. Maschinen laufen. Wir müssen uns ja für die Schlacht, die ja noch kommen wird... Wer hat die Worte gerufen? Schlechte Neugheiten? Müssen wir es natürlich noch hier erhüsten. Wir warten nur auf Sie. So, hier haben wir beide... Wo ist der Notfall? Abladen hier bitte. Und raus mit euch. So. Was ist los? Boah, ich bin grad auf die Windows-Taste. Bin grad auf die Windows-Taste gekommen. Aber zum Glück hat StarCraft 2 so ein... So eine Funktion, dass die Windows-Taste automatisch gesperrt wird. Wenn du spielst. Das wäre ja mein... Ja. Obwohl meine Tastatur hat auch so eine Funktion, dass ich die Windows-Taste sperren kann. Aber... Das wäre ja viel zu einfach. Und was jetzt? Komm, wir holen uns auch noch mal hier. Nice! Schief, komm hier hin. Jawohl! Dann kann ich nämlich eigentlich dieses Schiff, was hier gerade... ...sich noch repariert, das kann ich mal auswechseln. Ja, das... ...wird eigentlich gar nicht schlecht. Achso, ah, die WWFs können die auch einfach... Ich dachte, weil das fliegt, erreichen die das Schiff gar nicht. Na gut. Ne, dann warten wir doch noch mal. Gehen wir ja dann rein. Systeme funktionsfähig. Fuck. Gudi. Ach, wirklich? Ja, ach, wirklich? Was ist los? Nein, ich hab doch... Kreuzereinsatz bereit. Ach, wirklich? Ja, jetzt aber. Wird gemacht. Warum hat es hier... ...dü-dü-dü-dün gemacht? Ich weiß nicht. Bestätigt. Ja, Commander. Ich bin stille. Ich bin stille. Kurs ermittelt. Energie. Verstanden. Auf dem Weg. Was auch immer. Geschwader unterwegs. Bitte, tut euren Job und macht dieses Ding kaputt. So, wir dürfen. Äh, ne, ne, ne. Ich werde jetzt, äh, erst mal, waaat, neiiin! Ich werde jetzt erstmal hier hin und, äh, da. Ne, die können ja hier schön... Ich könnte nochmal eins bauen. Ich müsste jetzt eigentlich da oben hin. Das heißt... Was, da oben kann ich auch noch... Achso, aber das ist ja erstmal ein Energiefeld hier von dem an. Ich werde hier oben so lang fliegen. Sind die alle ready? Ne. Sie wünschen? Was wichtig hat? Aber sicher! Beringeln wir nice. Ja, der ist auch noch angeschlagen. Also, die wollte ich ja hier... Ganz kaum noch. Durchgeladen und entsichert. Die wollte ich ja rüberholen. Ja, platziert immer da. Und raus mit euch. Der ist fertig. Nee, der ist nicht fertig mit der Variante. Was ist denn das? Ach doch, der repariert gleich alles. Was ist los? Ja, Commander. So, du bist fertig gebaut worden. Ach wirklich? Ja, das habe ich ja gesagt. Bestätigt. Dann kommt gleich Nummer eins hinterher. Aber wir haben jetzt insgesamt... Fünf müssten wir dann haben. Da können wir schön durchdüsen. Und dann das Ding hier kaputt machen. Dann haben wir hier diesen ganzen... Ich steck ganz schön in der Klemme hier! ...den ganzen Bereich nehme ich hier fertig. Zum... Ähm... Ja, zum... Wegmachen erstmal. Und zum Bebauen. Ich denke mal, hier sind auch noch ein paar... Oder? Äh... Ja, und äh... Oh, das... Äh, das Mutterschiff kommt... Kommt... Kommt näher? Ist das langsam mal unser Raumschiff hier? Ja, ich glaube, das müsste hier sein, oder? Ja, doch. Ja, Commander. Ja, das ist da. Komm, los geht's. Wird gemacht. Was auch immer. Was auch immer. Lass uns... weitermachen. Okay. Verstanden. Lächeln. Immer langsam. Energie. Kurs ermittelt. Auf dem Weg. Jawohl. Geschwader unterwegs. Mineralgenfeld erschöpft. Weiter vorrücken. Bestätigt. Bitte. Ja, Commander. Wer hat die Flotte gerufen? Geschwader unterwegs. Nie mehr langsam. Was auch hinter. Ja, Commander. So, ihr raus. Und ihr. Jawohl. Stürmen. Verstanden. Schon erledigt. Wird gemacht. Bewählen laut voller Kraft. Bestätigt. Kein Problem. Warte mal, ihr. Dann lass uns mal loslegen. Meldet. Melde mich zurück. Waffen bereit. In Ordnung. Check. Schon erledigt. Gut. Volle Kraft. Verstanden. Kein Problem. Wirft. Bestätigt. Klar. Bin gleich da. Mineralienfeld erschöpft. Hier ist kein Mineralienfeld, ne? Boah, das kommt da noch an. Das ist ja doof. Schon erledigt. Ach, hier könnte noch eins sein. Bin unterwegs. Kein Problem. Gut. Dann können wir hier das Ding kaputt machen so einfach. Schon erledigt. Vergehen laut voller Kraft. Bestätigt. Nächster Punkt. Nächster Knotenpunkt. Nächster Knotenpunkt. Da unten. Oder... Da hinten. Ich würde mal sagen, wir machen da unten erstmal. Aber bevor wir das machen, da oben, da würde ich gerne meine... Und nun? Und nun? Ah, das wird auch repariert gerade. Von dem einen. Sondern du bist doch hier auch noch... Kreuzer einsatzbereit. Bin unterwegs. Nächster Knotenpunkt. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Und jetzt? Wir werden nämlich jetzt noch... Einmal die Einheiten holen, die dann rüber transportieren. Hier unten hin. Zu unserer Armee. Zu unserer Armee. Und was jetzt? Bestätigt. Auf dem Weg. Alles besser. Nächster Knotenpunkt. Laut und deutlich. Geht weg. Was ist los? So. Und jetzt... Okay. Schönen wir uns die. Das Mutterschiff bleibt ja einfach stehen. Das Problem ist... Das ist nämlich krass. Können wir sie aufsachen? Meine Klingen dürsten nach Rache. Was nicht passen wird, passt und ihr macht. Zack. Und zack. Und da noch. Läuft. So, dann haben wir wieder... Ja, Hallöchen. Du kommst gerade. Perfekt. Hier. Darfst dich dazu gesellen. Äh, ja. Wir brauchen natürlich noch hier, ne? Einheiten Kapazität ist natürlich, äh... Nein. Ja, kann ich nicht bauen. Wir können nicht so rum. Ach ja. Das ist null, 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 null. Wir können keine Leute mehr herbeirufen. Ähm. Ich steck in Schwierigkeiten. Solltet ihr doch eigentlich... ...schaffen. So, Reparateur WBF. Was wichtig jetzt? Von mir aus... Dahin. Ich glaube, das reicht eigentlich auch an... ...an großen Schiffen. Na, was macht denn das, das... Ach ne, das Mutterschiff. Was macht das denn jetzt da gerade? Da unten, wo ich hin will. Äh, also hier. Das ist ja ungeil. Sie wünschen? Das ist ja ultra... ...ungeil. Ach, wirklich? Ja, Commander. Das bewegt sich weg. Auf dem Weg. Kann man doch nicht so ein Nitro... ...mal anmachen, Madin? Kurs ermittelt. Lalalala... Ihr werdet mich nicht... Oh, doch. Energie. Ihr merkt, werdet immer schon... Geschwander unterwegs. Bestätigt. Mutterschiff kommt. Immer langsam. Bin unterwegs. Okay. Wird gemacht. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Was auch immer. Wird gemacht. Okay. Immer langsam. Bin unterwegs. So. Das war das kleine Problem. Das Mutterschiff ist wieder da hinten. Ja. Ja, kannst du mal sehen. Blödes Verkacktes Mutterschiff, ey. So nicht. So, Rabatteur, bitte. Do... ...this... ...job... ...right. Oh, zack. Ja. Tja. Tja. Und nähen. Bitte. Ja, Commander. Ja, Aufnahme Sessions gleich zu Ende. Und, äh, ja... Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen langweilig. Ist die ganze Zeit gewesen, oder? Kann ich mir gut vorstellen, ne? Hier noch zu gucken, wie es jetzt... Sonst ist es aber StarCraft 2. Das ist, äh, leider so, ne? Aber StarCraft 2 ist cool. Ja. Ich glaube, das gefällt euch auch trotzdem. Dass es vielleicht ein bisschen langweilig sein kann. Alle Mann von Bord! Hm. Warte mal, das... Das geht ja gar nicht hier. Auf dem Weg. Kurs ermittelt. Energie... ...bestätigt. Ähm... Ja, ich würde mal sagen... Wir werden jetzt nochmal... ...hier langfliegen. Und diesmal mit Erfolg, bitte. Mit Erfolg, ja. Wir werden jetzt... Den schießen wir mal ab, hier. Jawoll. Okay. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Jawoll. Und nun? Ihr dürft hier unten... Ich sag mal freischießen. Dort unten könnt ihr bleiben. Und wir werden mit... Werden wir da tun? Wohlwach. Ihr bringt Freiheit für alle, Frau Drainer. Wohlwach. Guck mal. Ein Budderschiff kommt. Geschwader unterwegs. Alle Mann von Bord! 南kant. Die werden langsam. Wohlwach. Die werden langsam. Wohlwach. Mein Geist. Kehrt zu den Segne kannal zurück. Langsam. Auf dem alle Mann von Bord! Angehung. wird gebacht. bin unterwegs. und wieder auf dem Auf dem Allemann von Bord. Ja, guck mal, Läuuf! Knut! Oh, du gabst jetzt an. Du auch. Wird gemacht. Nur dahin bitte. Jetzt müsste ich nur noch das hier oben wegkriegen. Und dann... Sie wünschen? Geschwader unterwegs. Können wir da bei den Einheiten schön rein? Wer hat die Flotte gerufen? Ja, Commander. Hör zu! Ja, ja! Alles klar, wir können ja bis 200 Einheiten insgesamt machen. Über 200 geht nicht. Unsere WBFs werden angegriffen. Ist mein WBF jetzt draufgegangen? Und nun? Ja, Commander. Mein Reparateur WBF ist tot. Was war das? Was wichtig hat? Was nicht passend wird, passend gemacht. Aber sicher! Finde ich jetzt einfach nicht nett. Mineralienfeld erschöpft. Ja, das wäre dann auch die letzte Kuppel, ne? Weil hier haben wir ja auch gleich das Ding. Das ist ja... Achso, ja. Wir haben bis die eine Hälfte schon von dem... Ja. Hm, okay. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass wir hier ja schon... Das ist mir echt nicht aufgefallen. Was ist der WBF? Ist er schon da? Ach, wirklich? Ja, da war er ja schon. Ja, gut. Dann nächster Aufnahme-Session werden wir dann wohl mal hier, äh, ein bisschen erstmal anfangen, so Sachen kaputt zu machen. So am Anfang, damit die Schiffe es beim nächsten Mal leichter haben, hier durchzukommen. Und dann, äh, machen wir das Ding kurz kaputt und dann können wir stürmen. Weil wir haben ja schon hier unten zumindest ein bisschen was weggemacht. Boah, wir können ja mal... Wir können ja mal gucken... Ja gut, hier unten ist noch ein bisschen was, ne? Wer hat die Flotte gerufen? WBF immer noch am Reparieren. Oh, siehst du aus. Ja, doch, dass, äh, die Energie an die Trefferpunkte, die steigt. Ist gut. So, 550, WBF, du... Nö, eigentlich gibt's gute, aber du darfst da hin. Ja, wir werden schon mal ein bisschen hier... Na, wir werden hier mal ein bisschen aufräumen. Schon mal hier mal anfangen. Ein bisschen. Ein bisschen. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Konservität. Was auch immer. Okay. Energie. Wird gemacht. Okay. Na, da sind wir alle schön hier wieder raus. Du wirst das... ...ja, Commander. Oh, er wird das überleben. Geschwadern unterwegs! Schön zu unseren WBF-Hinfliegen. Schon mal ein bisschen aufgeräumt. Und der müsste jetzt eigentlich anfangen zu reparieren. Wir können ja mal hier unten schon mal ein bisschen uns hinplatzieren. Na, fängt da an zu reparieren. Ja, der repariert. Und dann drücke ich F5. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ja. Mitten in der Mission. Hatten wir ja lange nicht mehr, dass wir da aufhören. Aber ist jetzt leider so. Und beim nächsten Mal werden wir dann diese Mission abschließen.